Aaaaaah! Hier mach ich mich breit! Weg da! FUNST! Aaaaah ne! Mit letzter Sekunde ist es! Nein, dann ist das wieder an. Ich kann die ganze Zeit schlecht direkt hier und auf einmal! Auf einmal! Mach! 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 Waffe, Kinn! Roanhawk ist wieder da! Untertitelung des ZDF, 2020 Hinter dir! Der Drittel sieht auch nicht. Die Schlinge legt sich unter den Hals. Wir müssen gleich laufen! Die Schlinge legt mich! Die Schlinge legt mich! Die Schlinge legt mich! Ich bin die Zahnabelle! Ich bin die Schlagenabelle! Ich bin die Schlagenabelle! Lass ihn aus! Was? Ahem. Das ist ein Rappen-Killer! Ahem. 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 Vorsicht Leute! Da ist ein Geschütz! Sie haben ein Geschütz am Start! Vorsicht Leute! Da ist ein Geschütz! Sie haben dort ein Geschütz! Das sind sie. Das ist sie. Gefgineses Geschütz zerstört. Durchschreitet wie eegis! Feinliches Geschütz vorraus! Feinliches Geschütz vorraus! Gefängnis dieser Geschütz vorraus! Jenny Christoph! Oha, bitte! Nell auf den Punkt! Die Stunde hat geschlagen. Ryo! Ryo! Wolltet sich Jokuret! Vorsicht Gegenverkehr! Ich lebe! Noch 10 Sekunden. Der Sieg ist nach! Haltet Stand! Sieg! Zauber! Highlight des Spiels! Ja, dazu muss ich sagen, dass wir mittlerweile auch nicht in den Zuhörer holen. Auf jeden Fall, der hat die alle eingesperrt! Oh, das war nicht schlecht! Nice! Oha, nicht schlecht! Da, den Code-Pilot. Den Punkt reingedrückter, schneller und hektischer. Oha! Ah, nicht verkehrt, oder? Weißt du, was ich für eine Karriere-Durchschnitt an Hakentrefferquote habe? 48 Cent! Was? Ja! Das ist schon nicht schlecht, oder? Oha! 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 Da war ich gerade auch ein bisschen überrascht, ey! Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse! 48%! Ich glaube, ich habe 18% da, aber ich habe Rawtalk auch nie so viel gespielt! Karriere! Campo-Boost! Das macht sich von Anfang an, was ich immer noch nicht spielen kann, irgendwie sind die Sniper-Geschichten da. Der Hanzo ist ziemlich leicht. Vor allen Dingen, ein guter Typ bei Hanzo ist, wenn du halt dein Ulti-Ready hast, den ähm, den Man-Pyre aus, dann gucken, wo die sind und nicht irgendwie Open-Field stehen damit, ne, mit dem Drachen, sondern direkt in eine Mauer stellen und dann halt voll Gas. Ich weiß nur, Waffen, das liegt und gehen dabei drauf. Und Widowmaker ist halt nicht mehr zu schwer, weil sie halt auch wenig Schaden haben. Wenn die einer spielen kann, ist sie bitter. Ja, dann ja! Aber du musst halt auch erstmal den Kopf treffen, ne, weil Widowmaker ist ein Kopftreffer sofort tödlich. Bei Hanzo nicht. Wenn die einer, der Mark spielt, den Hanzo geil, ey. Ja, der Mark kann den auch ziemlich gut spielen, aber... Oder Tracer oder so, das ist ziemlich krass. Das kann der Ducks nämlich gut, ja. Flanker spielen, ne. Ja, da musst du auf jeden Fall auf Zack sein, ne. Jo. Das ist auf jeden Fall... Manchmal komme ich darauf auch klar, aber... Bei mir ist der Lucio schon manchmal so hektisch, ja. Ja, aber bei Lucio bist du eigentlich der König drin, ne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hast du teilweise Runden hingelegt, aber ich... Ich muss echt sagen, so... Hut ab. Ja, der lag mir auch irgendwie von vornherein, ne. Jo, weil das so ein geiler Rastafari am Nigger mitgebracht hat. Hehehe. Hundertprozentig, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich gehörte mal zu den besten 3% oder so an bloßen Spielern in der Sprangliste. Weiß ich doch. Angriffsphase... Warum er verlasst auch? Das ist einer von uns oder... Wir beide haben ja halt, äh... Bersi und Lucio... Ja, äh... Hinter bin ich auf Zenyatta gekommen. Boah, der ist auch richtig dreckig, ey. Wenn du den auflädst, kannst du sofort Reinhard. Jo, jo, jo. Hey. Mit alle Kugeln? Auch die Einzelkugeln. Äh, wenn du die... Wenn du die... Trifst die Dinger mit dem komischen Schadensbonus noch da drauf, dann macht er auf jeden Fall ganz fies Klingeling in der Riebe. Und da wenn McCree in der Gruppe haben, ist das auch ziemlich geil, bei allen Opern auf Discord. Einmal McCree. Einen Kopfschuss. Drückende. Ah, okay. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Ich muss den A-Themen auch nachladen. So ist halt extrem oft, dass ich den Zähnen kann. Danke. 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 Danke diesem Dank. Das sind drei Fätze, sie haben alle Gutes schüttzt. Ja da müssen wir wegkommen. Die sind weg, ne? Oh, na. Ich hab's noch... Na die war... Nein! Boah, hab ich denn schon wieder den Arschlosser holt? Schließt euch, ihr an! Vorsicht, Leute! Sie haben einen Teleporter! Ruhig ihn bereit! Oh Gott, komm! Mein hinten Schild hochgefahren! Schild hochgefahren! Das ist schlecht! Hier, geh doch mal! Oh, die Maschinen... Jetzt wird's massiv! Hier, geh doch mal! Der Schild hochgefahren! Karte, geh doch mal! Fieber Online Nerft Death Fieber Online Fieber Online Fieber Online Fieber Online Fieber Online Werfen ist nichts mehr für mich auf alle Tage, dann regt mich zu der Ufer. Dafür schnallst du auch. Boah, weh. So, Stelle, Persegelung. Ich vergesse, glaube ich, es ist nur schlecht zu atmen. Ich glaube, ich auch. Ich nehme das Ziel ein. Gegen ein bisschen... Ich bin bereit, lass uns jetzt knacken. Noch 30 Sekunden. Wir haben keine Zeit mehr, nur angriffen. Sie haben dort ein Geschütz. Noch 10 Sekunden. Geh doch mal alles, was war's das? Katröding bis ein Feind nicht... Schade. Niederlage. Highlight des Spiels. Haha. Oh, geiles Entwurf. Doppelkill. Dreifachkill. Ebesch. Danke, danke.